. Ich bin Nathalie und ich tanze verschiedene Street-Dance und Club-Dance. Tanze spielt für mich eine sehr grosse Rolle in meinem Leben. Es ist meine Leidenschaft und es gibt mir ein gutes Gefühl, das zu machen. Ich finde die ganze Kultur dahinter sehr schön. Ja, es ist gut für Körper und Seele. Tanzen kann mir bei sehr vielen Sachen helfen. Ich war früher sehr schüch und durch das Tanzen bin ich sehr viel offener geworden. Ich habe gelernt mich zu zeigen und so sein wie ich bin und nicht verstecken müssen. Ja, sonst immer, wenn es mir schlecht geht, weiss ich, wenn ich tanze, dann geht es mir besser. Wichtig daran ist mir eigentlich schon auch das Soziale. Also, ich bin in einer Crew, in der wir zusammen trainieren und tanzen und auch Shows machen. Und ja, es gibt mir einfach so viel von ... Die ganze Philosophie, die dahinter steht. Ja, es macht mich glücklich. Ich will mit meinem Tanz mich selber ausdrücken. Also, die haben diese Idee, wer ich bin und meinen Stil in diesem Tanz zeigen. Und natürlich auch das Ganze verkörpern, den Tanz selber verkörpern. Was ich im Tanzen finde, was ich bei anderen Sachen nicht finde, ist ... ... sicher mal das Einzigartige. Es ist ... ... sehr viel ... ... eben, es ist damit verbunden, dass man raussticht, dass man ... ... gegen den Strom schwimmt sozusagen. Es ist alles sehr einzigartig im Tanz. Und ja, ein mega-fester Zusammenhalt. Und halt die Leute, die es dort hat. Oder die Leute, die ich kenne. Ja. Einfach enge Beziehungen, die wirklich eben wie Familie sind. Es macht so viel Spass und tut der Seele so gut. Wirklich. Also ... Auch wenn man das dann kann, man fühlt sich freier. Weil sehr viele Menschen sind ja auch getraut, sich dann nicht so zu bewegen. Weil es mega etwas, finde ich, auch intim ist. Und es tut gleichzeitig auch am Körper mega gut. Also man trainiert eigentlich den Körper und die Seele. Jungs. Die sind ja auch Top 10 takes. Weil es gibt ein Jaguar diese Folge. Und die habe das Beste mit dem Schiffen sind und, ich kann es trotz不能, und wenn ich in dem Schiffen habe und، dann two los bei den Schiffen kommen schon weiter. Bis zum nächsten Mal.